Wir stehen jetzt in der Weinabteilung bei den spanischen Weinen. Hier bei Wein und Genuss bei Cirlis gibt es natürlich eine Riesenauswahl spanischer Weine. Und haben Sie es gewusst, dass die Spanier an Silvester die letzten Minuten vor dem Glockenschlag immer eine Weintraube essen? Und deswegen steht der Dezember so ein bisschen unter dem Motto spanische Weihnacht. Herausnehmen möchte ich eine Weißweinregion, das ist Rueda. Wir haben hier drei Weine, kommen aber noch mehr jetzt. Und zum Beispiel der Corsé Pariente 219 Rueda ist aus der Rebsorte Verdejo, passt super zu Tapas, kleinen Vorspeisen. Es gibt demnächst auch kleine Rezeptkarten für Tortilla, für Pimientos, die man nur mit Olivenöl und Meersalz brät, für Meeresfrüchte. So, dass man einfach die Freunde und die Familie im kleinen Kreis mal überraschen kann mit einer kleinen spanischen Weihnacht mit Rueda.